Prof. Wurmser, Sie schreiben, dass der innere Konflikt für das Seelenleben zutiefst konstituierend ist und dass fast alles annehmbar wird, wenn man es als Konflikt versteht und deutet und dass Sie im Verlauf der Jahrzehnte immer mehr gelernt haben, dass alles Seelische, sei es bei mir, sei es beim Mitmenschen, sei es in der Kultur und Gesellschaft, sei es in den Religionen, als Ausdruck von Konflikt und Komplementarität zu verstehen ist. Dass alles Seelische innerlich im Widerstreit von Gegensätzen abläuft und dass diese Polaritäten dazu tendieren können, sich allmählich zu ergänzen. Würden Sie diesen Gedanken für uns nochmal verdeutlichen? Ja, ich habe den Eindruck, dass ich schon alles gesagt habe damit. Nein, was ich meine ist, dass eine Weise, wie wir unser Innenleben am besten verstehen können, oder besser verstehen können, ist, dass wir ständig daran denken, was sind die gegensätzlichen Wünsche und Neigungen in uns, die Moment für Moment spielen. Das geht bewusst und das geht weniger bewusst und das geht auch völlig unbewusst, ständig in uns vorhanden. Wir können uns den Geist nicht wirklich vorstellen, ohne dass es ständig dieses Spiel von gegensätzlichen Kräften gibt, von Neigungen und Idealen und Wünschen und Pflichten und Verpflichtungen und Ängsten und Trauer und anderen Gefühlen, die uns begleiten. Es ist ein ständiges, ungeheuer lebhaftes Widerspiel von solchen miteinander mehr oder weniger in Gleichgewicht stehenden Kräften, die meistens von uns ohne viel Überlegung entschieden werden, aber nicht immer. Manchmal stehen wir ganz bewusst in einem inneren Konflikt, den wir nicht gleich oder überhaupt nicht lösen können. Und dann wird uns allen bewusst, dass wir einen schweren inneren Konflikt haben. Aber ganz abgesehen davon ist es sehr wertvoll, sich jedes Seelenleben als im Konflikt befindlich vorzustellen. Das sagen wir, wenn ich jetzt hier sitze und auf Ihre Fragen antworte, habe ich mit einem Teil die Aufmerksamkeit, das so gut wie möglich zu machen. Dann ist da eine andere Seite von mir, die müde ist und gerne sich ausruhen würde. Eine dritte Seite sagt, was für ein herrlicher Tag heute. Es wäre doch so viel schöner jetzt im Frühling in Magdeburg die blühenden Bäume oder die eben aufknospenden Blumen zu sehen. Das schiebe ich sofort beiseite. Was hat er mich jetzt gerade gefragt? Jetzt richte ich mich wieder ganz auf die Pflicht ein, auf diese Frage zu antworten. Das meine ich ganz konkret mit dem jeden Augenblick sich abspielenden Konflikt geschehen in unserem Innenleben. Jeder kann das bei sich Moment für Moment beobachten. Wird jetzt aber der Konflikt sehr intensiv, wenn ich sagen würde, ich halte die Müdigkeit einfach nicht mehr aus. Doch habe ich diese verdammte Pflicht, jetzt diese Fragen zu beantworten. Wie löse ich diesen Konflikt nur? Ich möchte die Aufgabe gut tun, aber ich halte die Müdigkeit jetzt nicht mehr aus. Das wäre zum Beispiel ein unlösbarer innerer Konflikt im Moment. Und schließlich würde ich sagen, also jetzt werfe ich das Mikrofon hin, Schluss damit. Nicht, dass ich das tue, aber das ist zum Beispiel auch wieder ein Beispiel für einen bewussten Konflikt. Aber gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Wie ich das oft bei Freunden sehe, wenn sie einen Vortrag halten oder eben ein Interview, wie ich jetzt befindlich bin, dass da immer eine Gegenstimme ist. Was für einen Blödsinn sagst du? Das ist doch alles nichts wert. Wie wagst du es, jetzt an die Öffentlichkeit zu treten? Erinnere dich, was dein Vater dir sagte, dass nichts, was du sagst, wertvoll ist, dass du dich nur aufspielst. Stell dich doch nicht so an. Dass jetzt zum Beispiel eine neurotische Gegenstimme aus tiefer Vergangenheit, das mag gar nicht so bewusst sein, aber es ist ein nagendes Gefühl, das sollte ich eigentlich nicht tun. Warum spiele ich mich so auf? Warum zeige ich mich? Das sollte ich nicht. Das ist zum Beispiel ein neurotischer Konflikt, der durch die jetzige Situation ausgelöst werden könnte. Und das habe ich oft von Freunden, Freundinnen gehört, dass sie das erleben, wenn sie in einer ähnlichen Situation stehen. Und so gibt es sehr viele. Oder man fühlt sich bedrängt durch tiefe Trauer. Dass ich zum Beispiel denke, ja, was ist eine schreckliche Vergangenheit mit Magdeburg oder mit Deutschland verbunden? Was sind die Geschehnisse der letzten 100 Jahre, die mich verfolgen, wenn ich in diese Stadt oder in dieses Land komme? Das dränge ich sofort zurück. Aber das ist auch eine Realität. Das ist nicht ein unbewusster Konflikt, aber es ist etwas nahe am Bewusstsein liegen. Das ist ein vorbewusster Konflikt, der viele Menschen beherrscht, wenn sie zum Beispiel eben in einer Interviewsituation sind oder in irgendeinem Gespräch. Das sind alles so viele, viele Beispiele von innerem Konflikt. Der Begriff von innerem Konflikt geht weit, weit zurück. Konflikt wird beschrieben in der Bibel noch und noch. Wird beschrieben bei Homer, oft im Bild von Göttern oder Göttinnen, die im Widerstreit stehen in Bezug auf einen Helden. Oder eine Göttin, zum Beispiel die Athene, die den Achilles am Haar zurückreißt. Oder ähnliche Ausdrücke für inneren Konflikt, der auf die Götter projiziert wird. Oder wenn wir an die Paradiesgeschichte in der Bibel denken, wenn Gott sagt, das ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Erkenntnis von Gut und Böse heißt Erkenntnis von Wahlfähigkeit, von möglicher innerer Freiheit. Das selbst ist ethischer Konflikt. Es geht also ganz auf den Anfang zurück. Und wenn man Bibel und Talmud liest, immer kommt es vor. Wenn wir Platon lesen, beschreibt er inneren Konflikt in wunderbaren Bildern. Zum Beispiel im Dialog Phaedrus beschreibt er, wie die Seele vergleichbar ist mit einem Zwiegespann, einem Wagenlenker und zwei Pferden, einem feurigen Pferd, das in die Höhe zieht und einem feurigen Pferd, das in die Tiefe zieht. Und der Wagenlenker hat seine große Mühe, diese Pferde, dieses Gespann zu halten. Und das Wort, das Platon braucht hier, ist, es ist agon eschatos. Es ist äusserster Konflikt und schwere Pein, schwerer Schmerz, der damit verbunden ist. Und durch Platon hindurch sieht man den Begriff des Konflikts. Einige Jahrhunderte später, etwa 800 Jahre später, schrieb Augustinus, einem der Hauptbegründer der katholischen Kirche, wie er in seiner eigenen Selbstanalyse zwei Seiten von sich selbst im Konflikt miteinander beobachtete. Und er braucht das Wort Konflikt, und zwar als Verbum. Ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau sagen, aber ungefähr so etwas wie «Due volontates interse konfligebant» oder «contendebant». Das heißt, zwei verschiedene Willenskräfte stehen miteinander im Widerstreit oder im Konflikt. Er braucht das Verb um «konfligere», von dem das Wort «konfliktus» abgeleitet ist. Und zwar nicht einmal, sondern mehrfach. Er beschreibt es wieder und wieder. Goethe in seiner wunderbaren Arbeit von 1815, Shakespeare und kein Ende sagt, wie Shakespeare den inneren Konflikt auf die Bühne gebracht habe, vor allem den Konflikt zwischen Wollen und Sollen. Nur zu sagen, wie sehr das Denken in Konflikten die ganze westliche Kultur begleitet hat. Aber selbst wenn wir die chinesische Literatur anschauen und die indische Literatur, können wir zumindest ansatzweise wieder und wieder den Konfliktbegriff wenigstens erahnen. Für mich ist die Frage wichtig, einerseits, wie kann ich die Konflikte finden, die sich in mir selbst aufhalten? Das ist eine wichtige Frage, die ich habe. Und die andere ist, wenn ich diese Position gefunden habe, wo ein Konflikt besteht, wie kann ich es schaffen, an die Position zu kommen, dass ich auch entscheiden kann, in welche Richtung der Konflikt gelöst werden soll? Ja, also das Einfachste ist es so zu machen, wie ich es vorhin vordemonstrierte. Dass ich mich besinne, was geht jetzt im Moment in mir vor? Was sind die verschiedenen Neigungen oder Wünsche in mir? Ganz bewusst. Und dann mehr und mehr mich frage, ist das alles? Was geht sonst noch in mir vor? Und wenn ich an Wände stoße, dann ist es manchmal eben sehr wertvoll, wenn wir einen innigen Freund haben. Es braucht nicht ein Analytiker zu sein, sondern jemand, der äußerst verständnisvoll zuhört, mit dem man das besprechen kann und auf diese Weise vielleicht ein tieferes Verständnis erringt für diese inneren Kräfte und Gegenkräfte, die man in sich beobachten kann. Es gibt ein Vermächtnis eines chassidischen Meisters, Eliemelech von Lisensk, der so um 1770 schrieb, wenn ein Chassid bedrängt wird von Zwangsvorstellungen, die sein Studium der Tora und sein Gebet stören und es unmöglich machen, soll er sich einen verlässlichen, einen vertrauten, einen treuen Freund suchen, einen Chavère-Neemann und dem alles sagen, was ihm in den Sinn kommt, ohne Scham, alles aussprechen. Und er wird sehen, dass wenn er das tut, ist wie ein Wunder, sein Hirn befreit von diesen Zwängen. Und ich glaube, das ist genau schon die Methode der freien Assoziation. Es ist genau das, was ich vorhin Ihnen beschrieben habe, wie ich damit innerlich vorgehe. Also hat der Konflikt den Charakter einer Grenze auch, den er mit sich trägt? Einer Grenze? Einer Grenze für Selbstverwirklichung. Also man stößt in seinem eigenen Prozess der Selbstverwirklichung ja immer wieder an Grenzen und diese Grenzen können in einem gewissen Anteil durch Konflikte verursacht sein, die man lösen kann und insofern dann ein größeres Spektrum kriegt, um sich selbst wieder zu verwirklichen. So ist es genau. Es sind Begrenzungen, es sind Wände, gegen die man wieder und wieder anrennt und die man nicht versteht. Und manchmal kann man diese Wände selber besser verstehen und damit das Hindernis allmählich aus dem Weg räumen. Aber meistens ist die innige Beziehung eine Notwendigkeit, damit das möglich ist. Inwiefern steht dann der Konflikt in Verbindung mit der Möglichkeit für Freiheit? Der Konflikt, wenn er nicht gelöst wird, der unlösbare innere Konflikt, ist mit Freiheit unvereinbar. Wenn wir in unserer Freiheit so beschränkt sind, wie ich es vorhin beschrieben habe, durch die neurotischen Schwierigkeiten, heißt das, es sind ungelöste Anteile von mir, von Kräften, die miteinander ständig im Widerspruch stehen. Und diese im Widerstreit stehenden Kräfte haben sehr viel mit dem anderen wichtigen Ding zu tun, nämlich dem Trauma. Ich habe so schweren Schmerz, so große Trauer erlitten, dass ich nicht daran rühren möchte, dass ich lieber davon wegbleiben will. Und doch stößt mich das Schicksal immer wieder dazu, mich damit zu beschäftigen. Und solange ich die Traumata von mir fernhalte, kämpfe ich darum, wegzubleiben. Und das lähmt mich innerlich. Das lässt mich stecken bleiben. Und da braucht es oft die Hilfe eines anderen, eines verständnisvollen, innig angesprochenen Anderen, eben nämlich du, um es möglich zu machen, auch das Trauma gemeinsam zu tragen. Das deutsche Wort, geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude, ist ein wunderbares Paradigma für dieses gemeinsame Teilen. Vielleicht noch eine abschließende Frage. Warum, glauben Sie, gehört es unserem Wesen als Mensch überhaupt, das Schicksal zu haben, Konflikte mit sich tragen zu müssen? Ja. Das ist eigentlich eine metaphysische Frage. Ich glaube, es liegt im Wesen von Mensch und ich vermute sogar von Tier auch. Ich glaube, dass wir Menschen nicht die einzigen Lebewesen sind, die solche widerstreitenden Kräfte haben. Schon die Physiologie kennen wir als homöostatische Prozesse von gegenläufigen, von antithetischen Kräften. In der Physik sehen wir sie auch. Ich glaube, das Seelenleben ist genauso antithetisch angelegt, in Gegensätzen angelegt, wie die ganze Natur. Ich glaube, der Mensch ist da nichts Besonderes. Es ist nur die große Differenziertheit des Seelenlebens, die dann die große Differenziertheit auch der Konflikthaftigkeit, und der Probleme von Unbewusstmachung deswegen bewirkt, bestimmt. Könnte ich noch eine zweite metaphysische Frage in diese Richtung stellen? Und zwar, was steht denn dahinter? Haben Sie eine Ahnung, eine Intuition? Was hinter diesen Polaritäten steht, die sich ja immer wieder zeigen in der Wirklichkeit, wenn wir versuchen, sie zu interpretieren? Diese ewig widerstreitenden, unterschiedlichen Pole, die zur Entwicklung ja auch führen. Ja, ich glaube, es ist nicht eine metaphysische, sondern eine psychologische Frage. Ich meine, Freud hat ja immer wieder versucht, es auf Grundtriebe zu reduzieren. Und er hat verschiedene Modelle versucht. Keines hat zu einer endgültigen, abschließenden Antwort geführt. Ich glaube, wir können diese Grundkräfte auf ein paar wichtige reduzieren, aber es ist etwas gewagt, das dann zu reduktionistisch zu begreifen. Und was ich hilfreich finde, ist, dass es zwei wichtige Grundbedürfnisse des Menschen gibt. Liebe, Beziehung, Bindung einerseits, Selbstwerdung, Autonomie, Unabhängigkeit, ja sogar Macht andererseits. Und dass diese einigermaßen im Gleichgewicht stehen müssen. Aber dazu kommen andere Kräfte, die davon abgeleitet sind, nämlich das, was wir analytisch als übrig bezeichnen. Alle die Verpflichtungen und Ideale und Werte, die auch wieder abgeleitet sind von diesen, was ich als Grundbedürfnisse des Menschenleben und Grundtriebe bezeichnet habe, aber doch ein Eigenleben entwickeln. Und es wird komplexer und komplexer. Und wie ich vorher nicht ausgeführt habe, aber Sie haben es im Zitat erwähnt, die Komplementarität von diesen gegenläufigen Kräften. Liebe und Macht sind komplementär. Oder Liebe und Selbstwertung sind komplementär. Nur Liebe, nur Selbst, das geht nicht. Aber ein mehr oder weniger sich ergänzendes Gleichgewicht ist das Wichtige. Nur Pflicht ist schrecklich. Nur Ausleben von Triebwünschen ist schrecklich. Aber ein Gleichgewicht, wiederum eine Komplementarität, ist das Entscheidende. Das Entscheidende. Aber ein Gleichgewicht, wiederum eine Komplementarität. Also, das Entscheidende. Aber ein Gleichgewicht, wiederum eine Komplementarität. Vielen Dank.